Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wie vor dem Tischeln lang, ganz unordentlich. Dann habe ich hier... Jetzt fangen wir andersrum an, was meint ihr? Es wird nicht so hell sein. Das meint ihr jetzt, mal im Ernst. Jetzt so rum besser? Anders. Andersrum besser, nicht? Ja, machen wir es so rum. Anders, ja. Jetzt das gar nicht in der Reihe. Wo war er, ja? Das. Dann war er das. Mitte. Okay, so machen wir es. Was ist das? Hier. Baba, mach es nur mal und lass mich mal aus Versehen drunter stehen. Na ja. Aus Versehen. Na ja. Ist künstlich, ne? Brauchen wir nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Du verstehst alles, was ich sage. Nur der Witz ist der, in dem Moment, wo wir Aktionen haben. Ja? Wir müssen etwas machen. Wir müssen es so machen. Wir müssen es so machen. Absolut. Wir brauchen etwas Energie. Leider! Es schaut sehr schön aus. Ich finde es herrlich. Ich finde es wunderbar. Dann können wir jetzt bei der Reihe an der Pause. Ich weiß. Hans? Ja? Ich würde dir gerne etwas zeigen. Das kann ich dir aber nur... Komm raus! Komm raus! Ah! Steh! Nicht? Ja. Boah! Boah! Tja, Tja! 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 Ist es ein Pilate? Disappointed. The criminal returns to the scene of the crime. But the scene of the crime would have to be the house next door. There I was his Minister for Armaments, Pariser Platz No. 3. Here I served him exclusively as an architect. What do you want to hear from me? Don't you think I know why people are so keen to meet me? The older ones intend to interrogate me about my conduct at the end of the war. After all, I betrayed our Führer. And the younger ones, the ones you age, are dying to interrogate me about my beginnings. How could I join these gangsters? Didn't I hate my Kampf? And so, 35 years after the Nürnberg trial, I'm still faced on a daily basis with my own mini trial. Mini trial. Toniker called you one of the brightest, but he didn't mention what it is that you do. What do you mean? Californian. I'm afraid I don't know the first thing about champagne. I was already 36 when I had my first glass of champagne in Paris. After France's capitulation on your historic flying visits, I can remember the picture absolutely precisely. It's the three of you in front of the Eiffel Tower. You, I think, on his right. And on the other side, Arne Breger, the Scotch. Am I right? Even he had a glass of champagne that day, or at least a little sip. To the most beautiful city of the world. To the second most beautiful one, mein Führer. Corrected him, Breger. My dear Breger. A most beautiful city. We have to build first. And then he turned to me, to Albert Speer, the greatest architect of the last 4,000 years. I stood to attention and said to the capital of the world, Germania, and its immortal founder. Heil Hitler! Heil? Speer. He replied and lifted the right arm with a glass of champagne, which immediately spilled on the sleeve of his uniform. Haw! He he. It's very nice. Anita? Dummies flat. Next one. Uh huh. It's not that bad, Cloud? Oh my. Huh? Wait a second... We finish then. Clear, Cloud? Ja, das ist nicht schlecht. Bisschen dicke, aber ich bin Kommunist, das geht nicht, wer auch nicht. Ich meine, das ist nicht weltstädtisch. Hey! Schau dir das an. Mein Gott, ja. Das ist das Schlimme bei uns. Das ist so viel Foto, das man uns gibt. Ja, dass man sieht, wie man... Wie man altert, wie man verfehlt. Das war nicht mehr. Das wäre doch noch ganz gut. Ich sehe da keinen...